Bester Service und individuelle Beratung stehen für das Greentech-Unternehmen Salzburg AG an oberster Stelle. Kundinnen und Kunden soll jederzeit und überall geholfen werden. Dafür gibt es neben den telefonischen und digitalen Möglichkeiten jetzt auch in den ländlichen Bereichen eine neue Option. Die Geschäftsstelle in Bruck an der Großglockner Straße wurde mit einem neuen Infopoint ausgestattet. Bis vor kurzem waren ja unsere Geschäftsstellen für unsere Kunden und Kundinnen geöffnet und auch zugänglich. Hier haben unsere Kundinnen dann auch Ansprechpartner gefunden in der Geschäftsstelle. Aufgrund dessen, dass wir ein EVU sind und auch eine kritische Infrastruktur betreiben, können wir die Geschäftsstelle nicht mehr offen lassen. Da gibt es Sicherheitsauflagen und so haben wir mit dem Infopoint es geschafft, auch hier den physischen Kontakt zu unseren Kunden zu halten. Der direkte Kontakt ist der regional sehr stark verankerten Salzburger AG ein großes Anliegen. Bereits nach den ersten Tagen kommen zahlreiche Kundinnen und Kunden zur persönlichen Beratung in den neuen Infopoint. Es ist immer ganz unterschiedlich. Die Kundinnen und Kunden kommen, weil sie Strom anmetten wollen oder ein neues Internet brauchen, weil irgendwas daheim nicht funktioniert. Das Modem funktioniert nicht oder sie wollen einen Umzug machen. Wir machen das dann alles vor Ort mit den Kunden. Wir besprechen das, wir erledigen das mit ihnen. Der Kunde kommt mit ganz klaren Erwartungen. Der Kunde interessiert sich für Strom, für Gas, für Telekommunikationsprodukte. Wir können den Kunden das Produkt besser erklären. Wir können Informationsmaterial mitgeben. Aber auch die neuen Themengebiete wie Photovoltaik oder Elektromobilität können wir vor Ort mit dem Kunden besprechen. Und der Kunde kann es auch begreifen. Wir zeigen ja um die Ladekarte, wir können ja um eine Ladestation zeigen und ein Photovoltaik-Panel werden wir ebenfalls präsentieren. Der neue Infopoint in Bruck an der Großglockner Straße ist wochentags von 8 bis 12 Uhr geöffnet.